Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Eure unheimlichsten Erlebnisse. Wenn auch ihr etwas Unheimliches erlebt habt, sei es etwas Paranormales oder ihr Zeuge von etwas geworden seid, was richtig weird oder unheimlich oder gruselig ist. Wenn ihr komische Menschen getroffen habt, was auch so unter unheimliche Sachen ist, es muss nichts mit Geistern zu tun haben. Es kann auch etwas zwischenmenschliches sein, was auch oft gruselig ist, dann schickt mir das gerne an deine-geschichte-at-kathiewinter.de Ich würde mich freuen, von euch zu lesen. Die Texte werden nochmal so ein bisschen lektoriert, damit sie so fließend lesend sind und eure Namen werden als Initialen gezeigt. Und heute habe ich mir fünf Einsendungen rausgesucht zum Thema Geisterscheinung oder Geisterbegegnung. Es gibt Leute, die daran glauben. Es gibt Leute, die sagen, das ist alles Quatsch. Die Antwort liegt irgendwo da draußen. Ich weiß es nicht, was stimmt, was so passiert ist und ob es so irgendwas dazwischen gibt. Aber ich finde es was sehr interessant und das erste Erlebnis ist von r.v. Anhängliche Geister. Hey Katja, erstmal ein Danke für deine inzwischen scheinbar unzähligen äußerst unterhaltsamen Videos. Danke. Ich komme aus der Steiermark, bin 34 Jahre alt und mein erstes paranormales Erlebnis liegt inzwischen gut 16 Jahre zurück. Zugetragen hat es sich auf einer kleinen Insel mitten eines Flusses zwischen meiner ehemaligen Siedlung und dem daran angrenzenden Waldstück. Früher haben sich dort immer wieder einige ältere Jugendliche versammelt, um Geister zu beschwören bzw. sich ins Koma zu saufen. Daher kannten meine Klicke und ich bereits einige ominöse Geschichten, hatten uns aber stets darüber lustig gemacht. Eines Nachts bin ich schließlich mit einem Kumpel den Weg entlang spaziert, der an der Insel entlang und zugleich über sie hinwegführte. Kurz bevor wir dann die Brücke zu unserer Siedlung erreicht hatten, packte ich ihn erschrocken an seiner Kapuze und zog ihn zurück. Ich war mir sicher, etwas am Seitenweg neben dem Ufer zu sehen. Im ersten Moment hielt ich es für die Silhouette eines Pferdes, denn von diesem Weg kamen für gewöhnliche Reiterinnen vom Reitgut ganz in der Nähe. Aber der helle Umriss inmitten der Finsternis bewegte sich nicht. Und so ging mein Kumpel und ich eilig weiter, bis wir die Brücke erreichten, wo wir im spärlichen Licht der wenigen Laternen an den beiden Brückengeländern stoppten. Wir beobachteten von da aus weiterhin die Silhouette und fragten uns, ob es sich dabei vielleicht auch um eine Spiegelung handeln könnte. Ausgehend von den Lichtern der Siedlung, die sich stellenweise an der glatten Wasseroberfläche brachen. Und als wir so dastanden und rätselten, was wir da gerade sahen, wurde der Umriss immer schwächer, bis er letztlich gänzlich verschwunden war. Sogleich packte mich dummerweise die Neugierde. Ich ging langsam auf die Stelle zu, wo das Licht der Laternen nicht weiter in die Finsternis vordrang und das merkwürdige Ding gerade noch am Weg gestanden hatte. Mein Kumpel war am Rand des Brückengeländers zurückgeblieben und bevor ich noch weiter voran in die Dunkelheit ging, hielt ich an und drehte mich zu ihm um. In diesem Augenblick stellten sich meine Nackenhaare auf und ich hatte dasselbe Gefühl, das ich als Kind immer verspürt hatte, wenn ich in den Keller gegangen war, um mir mein Fahrrad zu holen. Als wäre man paralysiert wegen dem, was davor oder auch hinter einem lauern könnte. Als aber nach mehreren Sekunden immer noch nichts passiert war, ging ich zurück zu meinem Kumpel, der sofort seinen Respekt für meinen Mut aussprach. Ausgelassen stellten wir uns noch kurz ans Geländer, drehten uns ein letztes Mal zur Stelle hin und erstarrten. Dann sind wir gerannt, denn die Silhouette war wieder über dem Pfad zwischen den Bäumen und Sträuchern erschienen. So deutlich wie vorhin und während mein Kumpel zu sich nach Hause lief, schlug ich die Richtung meines Wohnblocks ein. Wir waren beide so geschockt, dass wir uns erst am nächsten Tag wieder beieinander gemeldet haben. Über Jahre hinweg hatte ich kein derart unerklärliches Erlebnis mehr, bis ich meine erste eigene Wohnung eingezogen bin. Eines Nachts saß ich auf meiner Couch, hab gezockt und plötzlich ein Knall aus meiner Küche gehört. Es war ein kleiner Raum ohne Tür, gleich neben dem Fernseher. Es hörte sich an, als hätte jemand Besteck mit ganzer Kraft ans Waschbecken geworfen. Ich hätte an diesem Tag tatsächlich etwas Geschirr darin angehäuft und wie immer das Besteck flach auf den obersten Teller gelegt. Dann entdeckte ich, dass ein kleiner Löffel unter den Tellern lag und fragte mich, wie das so einen Lärm hätte machen können. Ignorierte es aber. Später kamen immer mehr Geräusche dazu, die aber aus meinem Bad zu kommen schienen. Einen weiteren kleinen Raum am Ende eines langen Ganges, aus dem ich mich immer wieder zu hören glaubte, wie meine Utensilien ins Waschbecken fielen. Doch immer wenn ich nachsehen ging, war alles noch an seinem Platz. Unheimlich, aber kein großes Ding, zumindest bis zu jener Nacht, in der ich wirklich die Hosen voll hatte. Nichts Böses ahnend, saß ich auf meinem Bett und hatte mein Handy in der Hand und war in ein Spiel vertieft, als es wieder laut knallte. Im Bruchteil einer Sekunde gab es ein lautes Krachen von der Schlafzimmertür und gleich darauf eines auf der Tür selbst. Ich hatte so dermaßen große Angst, weil ich wusste, wie leicht die Tür sich öffnen ließ und hoffte inständig, dass sie jetzt nicht irgendwie aufspringen würde. Denn tatsächlich hat es sich ganz so angehört, als hätte jemand einen großen Gummiball auf den Boden geworfen und auf meine Türe springen lassen. Ich habe sogar zum Fenster hinüber geblickt und war kurz davor, aus dem ersten Stock zu springen. Ich kann mich nicht erinnern, mich jemals so gefürchtet zu haben. So, das war es von meiner Seite. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dich zumindest einer meiner Erlebnisse bedienen würdest. Vielen Dank dafür. Das klingt sehr, sehr gruselig. Ich hatte zwischendurch sehr gerne das Haut. Also das mit dem Knall und so, das finde ich schon sehr, sehr, sehr gruselig. Bei der Silhouette weiß ich nicht, was das sein könnte. Da habe ich gar keine, gar keine Idee. Aber mit dem Knall, das fand ich schon sehr unheimlich. Ja, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Das nächste Erlebnis hat uns S.A. angesendet. Vielen Dank dafür. Und wie gesagt, wenn ihr auch mal was erlebt habt, schickt es mir sehr gerne. Ich kann euch nicht versprechen, wann es kommt und ob es kommt. Ich weiß, dass einige sich manchmal so einen kleinen Scherz erlauben. Die Texte kommen da natürlich nicht ran. Aber heute haben wir ja so unheimliche Erlebnisse. Da weiß man nun mal nicht, ist es wirklich so passiert. Das fand ich jetzt aber sehr interessant, was hier jetzt beschrieben wird. Ein Haus voller Dunkelheit und eine kleine Content-Warnung. Es wird, ich sage es einfach nur sicherheitshalber, es wird Drogenmissbrauch erwähnt. Denn Bedrohung mit einer Axt wird auch erwähnt. Der Tod von Haustieren, das ist aber alles nicht Hauptthema, wird nur erwähnt. Moin, ich will mich hier wirklich sehr kurz fassen. Meine Geschichte handelt von dem Haus, in welches wir gezogen sind, als ich etwa 14 Jahre alt war. Nicht die typische, idyllische Geschichte, wie man es aus manchen Horrorfilmen gewohnt sein mag, denn bei uns begannen die Vorfälle relativ zeitnah. Bevor wir also einziehen konnten, mussten wir das Haus gründlich reinigen. Da passierten auch schon die merkwürdigsten Situationen. Von den Augen meines Bruders, meiner Mutter und mir wurde der Dachboden-Schlüssel, der Dachboden war eine ganz normale Tür zugänglich, regelrecht aus dem Schlüsselloch katapultiert, nachdem wir uns Zutritt verschaffen wollten. Aber das konnten wir noch als Luftstoß abtun. Es geschah außerdem mehrere Male, dass irgendwelche Porzellangefäße zerbarsten, es klopfte an Türen, Gegenstände verschwanden und Katzen starben. Diese Beobachtungen häuften sich natürlich über die Jahre. Aber es gab wirklich prägende Situationen, die mir ganz enorm in Erinnerung geblieben sind, weil mir niemand erklären konnte, wie das passieren konnte. Bei dem einen Vorfall war mein Vater involviert, der im Übrigen an nichts Übersinnliches glaubt. Er hat immer den schweren hölzernen Couchtisch auf die Couch gekippt, wenn er den Boden aufwischen wollte und jedes Mal, wenn er sich im Badezimmer frisches Wasser holen wollte, dann stand der Tisch wieder auf dem Boden. Zudem muss ich sagen, dass keiner von uns den Tisch bewegt hatte, geschweige denn ohne Geräusch von der Couch runterbekommen hätte. Dafür war der Tisch einfach viel zu schwer. Dann gab es noch den Vorfall beim Abendessen. Die Familie war komplett, alle haben sich gut unterhalten und ihr müsst euch vorstellen, wir saßen im ersten Stock, aber plötzlich klopfte es dreimal am Fenster. Jeder, wirklich jeder hat dieses Klopfen gehört und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich mich von diesem Zeitpunkt an unglaublich unwohl gefühlt habe. Es gab auch Nächte, in denen ich wach wurde und eine schwarze Silhouette an meinem Bett stand. Ich konnte wirklich nur eine Silhouette sehen, wusste aber sofort in dem Moment, wo ich sie sah, dass sie mich anstarrte. Selbst wenn ich jetzt nach Jahren darüber nachdenke, eilt mich das Gefühl von Beklemmung. Aber das war leider noch nicht alles. Die Vorfälle wurden immer schlimmer und häuften sich. Selbst familiär geriet man immer öfter aneinander. Ich muss dazu sagen, meine Mutter begann irgendwann damit zu pendeln. Das ist wie Gläserrücken, nur mit einem Pendel. Fragt mich nicht warum, aber schien sie richtig in den Bann gezogen zu haben. Irgendwann wollte sie damit aufhören, weil wir uns alle noch unwohler gefühlt haben. Aber dann kam die Botschaft vom Pendel, dass, wenn sie das Pendelbrett verbrennen würde, mein jüngster Bruder bei seinem Baumhaus auf ein lockeres Brett treten, hinunterkrachen und sich das Genick brechen würde. Der Schock saß natürlich tief, aber es war fast unerträglich, als mein Vater das Baumhaus inspizierte und tatsächlich ein Brett fast durchgetreten vorfand. Einmal war ich mir sogar sicher, dass mich meine Mutter gerufen hätte, während sie der Meinung war, ich hätte sie gerufen. Wäre nichts Verwerfliches oder Seltsames an der Geschichte, wenn sie nicht im Garten gestanden hätte und ich nicht in der Küche, wo es unmöglich war, so ein lautes Rufen zu hören. Weder für sie noch für mich. Es kamen dann noch Vorfälle hinzu, wo ich mit meinem ersten Freund wie von Geisterhand in einem Zimmer eingeschlossen wurde, obwohl niemand zu Hause war und ob man es glauben mag oder nicht, ich hatte irgendwann so unglaublich viel Angst vor dem Haus, dem Unbekannten und meiner Mutter. Sie benahm sich nur noch seltsam. Einmal kam sie in mein Zimmer, ich lag währenddessen in meinem Bett. Da packte sie mich am Fuß und wollte mich aus dem Bett ziehen. Sie hat dabei ganz seltsam gelacht. Keine Ahnung, ob sie mir einfach nur ein Schrecken einjagen wollte, aber sie war immer schon für das Dunkle anfällig gewesen. Bis heute passieren in diesem Haus unglaubliche Dinge und alles sieht die Dunkelheit an und die Negativität. Wenn es ginge, dann könnte ich stundenlang irgendwelche Vorfälle wiedergeben. Inzwischen ist auch die gesamte Familie zerstritten und ich würde keinen Fuß mehr in dieses Haus setzen. Bis heute lässt sich meine Mutter von einem vermeintlichen Schutzengel, mit dem sie immer noch über das Pendel kommuniziert, manipulieren und lenken. Ich sollte vielleicht auch noch erwähnen, dass die Vormieterin nach ihrem Ausflug aus dem Haus clean wurde und eine Karriere als Rechtsanwältin anstrebt. Ich bin mir also ziemlich sicher, dass das Haus nur die negativen Dinge anzieht und fördert. Dankeschön. Ich habe mich so gegruselt gerade und richtig Gänsehaut gehabt, denn ich muss dazu sagen, in unserer alten Wohnung hatten Archi und ich das auch. Wir hatten eine Wohnung, die ging wie ein Bogen, wie ein Halbkreis ging die Wohnung. Da kam immer noch eine Kurve, noch eine Kurve, noch eine Kurve. Und im hintersten Zimmer war mein Arbeitszimmer. Da war eine Art Tunnel. Da musste man durch eine ganz niedrige Decke durch, um in mein Zimmer zu kommen. Und wir hatten das so oft, dass ich dachte, Archi ruft mich oder er ruft mich. Und ich saß in meinem Zimmer und er saß in einem anderen Zimmer und wir haben uns nie gerufen. Es war nicht so, dass man Stimmen hören konnte aus der Nachbarwohnung, außer die neben uns. Das war auch die einzige, also hinter dem Bogen quasi, gegen ihre Wohnung so ein Bogen. Die konnte man hören. Das war ihr Schlafzimmer. Die habe ich öfters mal gehört. Aber wir hatten das so oft, dass ich hängengegangen bin und sagte, was, wieso rufst du mich ständig? Und er sagte, hä, ich habe nichts gemacht. Und das fand ich so gruselig. Und immer wenn ich durch diesen Tunnel gegangen bin, habe ich einen Ohrwurm bekommen von dem Lied Ein Männlein steht im Walde. Also, ich weiß nicht warum und das fand ich richtig gruselig. Und ich musste mich da gerade daran erinnern, wo das ja auch beschrieben wurde, dass man das Gefühl hatte, dass jemand gerufen wurde, obwohl niemand gerufen hat. Also, wir haben das damals jetzt nicht so als so super gruselig empfunden. Wir haben auch nur ein Jahr in dieser Wohnung gewohnt und haben jetzt nicht sonst irgendwie so Spukerscheinungen oder sowas gesehen. Und wir haben das jetzt auch nicht so, ich habe das schon mal im Stream erzählt, wie seltsam das war, dass wir das ständig hatten und nicht wussten, woher es ist. Ja. Also, vielen Dank für deine Einsendung. Es ist sehr gruselig und ich bin froh, dass du aus diesem Haus raus bist. Junge, Junge. Also, das nächste Erlebnis ist von J.K. Und heißt Verflucht. Vielen Dank dafür. Ich freue mich über jede Einsendung und let's go. Hallo, Kathi. Bevor ich meine Geschichte erzähle, muss ich die Umstände dazu erklären. Ich bin auf eine Oberschule gegangen, die schon vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden war. Laut meinen Lehrern wurde das Gebäude während des Krieges als Lazarett für verletzte Kinder genutzt. Die Schule hat beim Bau damals fünf Häuser zur Verfügung gehabt, als meine Schule aber das Gelände übernahm, wurde das fünfte Gebäude wegen Einsturzgefahr abgeschirmt. Ein Zaun war um das Haus gespannt und die Türen sowie Fenster wurden zugenagelt. Es war damals eine Mutprobe, das Gebäude durch ein kaputtes Fenster zu betreten und mit einem Ouija-Brett zu spielen. Ich bin in der achten Klasse mit einer weiteren Schülerin neu zugeteilt worden, dementsprechend kannten wir dort keinen und waren starke Außenseiter. Uns wurde immer und immer wieder gesagt, dass wir die Mutprobe absolvieren sollten. Ich lehnte aber ab. Die Schülerin, die mit mir neu in die Klasse gekommen war, wollte die Mutprobe durchführen, hatte aber alleine viel zu viel Angst. Ich ließ mich von ihr zum Mitmachen überreden, da ich damals dachte, wir wären Freunde. Am Abend trafen wir uns am Gebäude, neben meiner Freundin kamen auch zwei Klassenkameraden mit, diese hatten auch das Brett mit. Während wir die Bretter vom Fenster nahmen, erzählte uns eine der Klassenkameraden, dass das Brett von der 10. Klasse, die abgeht, zu der nächsten 7. Klasse weitergegeben wird. Also das Ouija-Board. Ich wusste nicht, ob ich ihm glauben sollte, immerhin konnte er das Brett auch einfach irgendwo bestellt haben. Wir stehen in das Gebäude und allein beim Reingehen bekam ich Angst. Überall gab es Graffiti an den Wänden, beziehungsweise nur an den Wänden, die nicht zerstört waren. Es war dunkel und die einzige Lichtquelle, die wir hatten, waren unsere Handys. Wir gingen durch die kaputten Räume in das Innere des Hauses, in einen Raum, der nicht allzu sehr zerstört war. Die Jungs legten das Brett hin und erklärten uns, was wir zu tun hätten. Wir sollten versuchen, mit jemandem zu sprechen, während wir die Finger auf ein Glas legten. Die Jungs würden dabei nichts sagen, sondern nur ihre Finger auf dem Glas liegen lassen. Wir legten unsere Handys auf den Boden und schalteten die Taschenlampen an, damit wir etwas sehen konnten. Wir legten unsere Finger auf das Glas und stellten die typischen Fragen. Währenddessen hatte ich das Gefühl, beobachtet zu werden. Wir bewegten das Glas immer im Kreis und nach einer Weile bewegte sich das Glas zu den Buchstaben. Die Jungs wurden nervös und sagten uns, wir sollten aufhören, das Glas zu schieben. Doch wir machten das nicht. Es fühlt sich so an, als würde uns das Glas entrissen werden. Das Glas blieb an einigen Buchstaben stehen und uns entstand nach einer Weile der Name Ewald. Die Jungs wurden sauer und sagten uns, dass wir aufhören sollten, das zu faken. Daraufhin wurde meine Freundin wütend und schrie zurück. Über uns hörten wir auf einmal einen lauten Knall und laute Schritte kamen langsam die Treppe des Hauses runter. Die Treppe am Ende des Hauses war aber so demoliert, dass sie beim leichten Gewicht einstürzen würde. Wir fingen an zu schreien und die Jungs rannten aus dem Raum. Einer der beiden griff nach meiner Freundin und zog sie mit. Ich stand zwar auf, konnte mich aber nicht bewegen. Die Schritte kamen näher. Ich zitterte und fing an, mich zu verbeugen. Dabei sagte ich die ganze Zeit, dass es mir leid tut und ich mich entschuldige. Danach konnte ich meine Beine wieder bewegen und rannte ebenfalls zum Fenster, kam aber nicht hoch. Einer der Jungs, der noch am Zaun war, kam zurück und zog mich raus. Wir rannten vom Geländer der Schule bis zur nächsten Bushaltestelle, die ein Kilometer entfernt war. Ich schlief in dieser Nacht nicht und auch in den nächsten Nächten war es schwer, einzuschlafen. Eine Woche nach der Mutprobe kam die erste Schlafparalyse. Ich sah eine dürre Gestalt am Ende meines Raums sitzen, in dem ich anstarrte. Ich starrte zurück, bis die Müdigkeit mich überkam. Ich versuchte mit meinen Klassenkameraden zu sprechen, doch diese weigerten sich. Meine Freundin sagte immer, es wäre nichts passiert und erzählte in der Klasse herum, ich hätte den Namen selbst geschoben und dann Angst bekommen. Danach war ich wieder der Außenseiter der Klasse. Nach einer Weile entstand das Gerücht, dass jemand im Haus lebte und dieser uns erschreckt hatte, aber ich wusste, diese Geräusche konnten von keinem Menschen kommen. Mit meiner Klassenkameraden sprach ich nicht mehr darüber. Aber ich versuchte, mit dem Jungen zu reden, der mir aus dem Haus geholfen hatte. Ich fragte ihn, ob er was gesehen hatte und daraufhin beschrieb die gleiche Gestalt, die ich in meiner Schlafparalyse sah. Ich leide nicht ganz so sehr an den Schlafparalysen, da die Gestalt nur in meiner Ecke sitzt. Meinen Mitschülern geht es aber nicht so gut. Meine ehemalige Freundin hat in der Oberstufe angefangen zu trinken, der Mitschüler, der mit mir gegangen war, hat eine starke Charakterveränderung durchlebt und der Junge, der mir geholfen hatte, hat angefangen, Drogen zu nehmen. Ich habe ihn gefragt, warum er es tut und die einzige Antwort, die ich bekam war, irgendwie muss ich ja die Albträume ausblenden. Ich bin eigentlich kein Mensch, der an Geister oder so glaubt, aber mittlerweile glaube ich, dass wir verflucht worden sind. Aber vielleicht hat jemand da draußen eine rationale Erklärung. Also ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, dass wenn es um Mutproben geht, ganz oft jemand auf der anderen Seite steht und einen Streich spielt. Das kann ich dazu sagen. Und dass in diesen Lost Places tatsächlich immer mal wir Leute auch übernachten. Seien es Leute, die von zu Hause weggerannt sind oder Leute, die kein Obdach haben, dass da Ratten sind oder andere Tiere, was passieren kann. So ein Haus arbeitet auch durch Kälte und Wärme, dehnt sich aus, zieht sich alles zusammen. Könnten andere Leute sein, die Drogen nehmen, die dort trinken. Einfach nur gerne Leute erschrecken. Kann alles mögliche gewesen sein. Muss nichts Übernatürliches gewesen sein. Kann natürlich übernatürlich gewesen sein. Also ich kann auch zum Beispiel sagen, dass ich mal für ein Placement ein Reja-Board bekommen habe, für den Film Reja. Dann hatte ich ein Reja-Board, das industriell hergestellt wurde. Aber ich habe mich allein bei dem Board so gegruselt, dass ich es damals Archie geschenkt habe, der kurz darauf mit mir zusammengezogen ist. Aber wir haben das Reja-Board bei seiner Mutter gelassen. Auf jeden Fall, was im Kopf so passiert, kann manchmal viel gruseliger sein und das noch viel gruseliger machen. Das wollte ich nur dazu sagen. Aber ich würde es nicht kleinreden. Wer weiß, was dahinter steckt. Wir waren alle nicht dabei. Vielen Dank für deine Einsendung. Zu dem nächsten Thema will ich euch noch vorher so ein kleines Wissen mit auf den Weg geben. Und zwar, dieses Erlebnis heißt, die Geister, über die wir reden von F.W. Vielen Dank an dieser Stelle. Und es ist ein Thema jetzt, wo eine Frau aus Russland oder ein junges Mädchen aus Russland darüber spricht. Und da gibt es tatsächlich so ein Aberglauben. Also in der russischen Kultur ist der Glaube an Geister ziemlich stark verbreitet. Ich weiß nicht, wie es in einer jungen Generation ist. Ich habe ja nur so mit Verwandten zu tun, die alle so ein bisschen älter sind. Und da habe ich es mitbekommen, dass alle durchgehend aus dem russischen Teil meiner Familie so an Geister glauben und großen Respekt vorhaben. Und eine Sache, die ganz wichtig ist, auch für dieses Erlebnis hier, ist, dass man glaubt, wenn man über einen Verstorbenen spricht, dass der dann anwesend ist. Darum soll man nicht über Tote schlecht reden. Da sind die, also nicht alle, denke ich mal, aber so der Teil, mit dem ich darüber gesprochen habe, fest davon überzeugt, dass das passiert. Die Geister, über die wir reden. Angefangen hat es am Abend des 19.08.2014. Ich war mit meiner besten Freundin Anastasia eine wirkliche Freundschaft und keine heimliche Liebesgeschichte, das wird später wichtig, wie so oft mit dem Auto unterwegs. Da sie erst mit 14 Jahren aus Russland nach Deutschland gezogen war, verbrachten wir die Zeit meist mit Reden, um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Wie so üblich hielten wir dann irgendwann mit dem Auto an, es war in einem abgelegenen Waldstück und als es bereits spät abends war, war es draußen stockdunkel, was uns irgendwie auf gruselige Themen brachte. Unter anderem auf das Thema Geister. Sie fingen dann an, mir Geschichten aus Russland zu erzählen. Eine davon war auch die, welche die komischen Ereignisse auslöste. Sie erzählte, dass sie mit Freunden in ihrem Dorf ein altes russisches Buch in der Bibliothek gefunden hatten, welches sie mit dem Thema Geisterbeschwörung beschäftigte. Und wie Kinder nun mal so sind, versuchen sie es. Danach passierten ihnen ein paar einartige Dinge. Türen knallten zu, Licht flackerte und so weiter. Daraufhin beschlossen sie, es dann doch zu beenden. Am nächsten Tag entdeckte ihre Großmutter das Buch und fragte sie, ob sie das Ritual wenigstens richtig beendet hätten. Dies verneinte Anastasia jedoch. Daraufhin meinte die Großmutter, um ein Kind, dann stell dich für den Rest deines Lebens darauf ein, dass du Geistern die Möglichkeit gibst, dich dir zu nähern, wenn du über sie redest. Etwas gegruselt, aber auch unterhalten, schmunzelte ich Anastasia an und sagte, uh, dann kommen die Geister uns ja jetzt näher. Das hätte ich im Nachhinein besser bleiben lassen, sondern plötzlich kamen Geräusche aus der Lüftung meines Autos. Etwas erschrocken darüber, da ich der Meinung war, dass das Fahrzeug und die Zündung aus waren, checkte ich die Zündung. Und so war es auch. Das Auto und die Zündung waren aus. Es steckte ja nicht immer mehr der Schlüssel richtig im Schloss. Eine Angewohnheit von mir damals, hab den Schlüssel immer halb rausgezogen. Jedoch war da dieses Geräusch. Anastasia vernahm es auch. Da ich Paranormalen gegenüber zwar aufgeschlossen bin, jedoch eher erst eine logische Erklärung suche, steckte ich den Schlüssel wieder komplett ins Zündschloss und machte die Zündung an. Daraufhin startete die Lüftung. Diese machte aber ein total anderes Geräusch. Also machte ich die Zündung wieder aus und wartete, bis die Lüftungsgeräusche verstummten. Nach einem Augenblick der Ruhe hörten wir wieder das andere Geräusch. Etwas verunsichert, doch noch voller Mut öffnete ich die Fahrertür, um zu hören, ob das Geräusch nicht vielleicht von draußen kam. Jedoch Stille. Also so viel Stille, wie man sie nun mal am Waldrand haben kann. Ich checkte alles ab. Es wehte kein Wind. Es war kein Geräusch außerhalb des Wagens zu vernehmen. Ich öffnete die Motorhaube und hörte auch in den Motorraum, aber da war nichts. Ich setzte mich wieder zu ihr ins Auto. Nachdem ich die Tür schloss, war wieder ein Augenblick alles still. Dann begann wieder dieses Geräusch aus der Lüftung zu kommen und ich spürte einen kalten Windhauch von der Rücksitzbank. Es war im August. Es war warm. So warm, dass wir selbst um diese späte Uhrzeit zu gehen, 0.30 Uhr noch im T-Shirt im Auto saßen, ohne dass uns ansatzweise kalt war. Doch noch bevor ich sie darauf ansprechen konnte, ob sie das vielleicht auch spürte, drehte sie mit leichter Panik im Blick um und schaute auf die Rückbank. Also tat ich es ihr gleich. Aber da war nichts und niemand. Alle Fenster und Türen des Autos waren verschlossen. Sie schaute mich an, den Blick voller Angst und sagte, fahr bitte los. Im Panik startete ich den Motor und fuhr los. Wir schwiegen. Nach etwa fünf Minuten der Ruhe sagte sie dann zu mir, und genau das passiert immer, wenn ich über Geister rede. Meine Großmutter sagt, das Einzige, was in diesen Momenten hilft, ist, den Ort zu verlassen, an welchem man gerade ist. Zwar schaffen es die Geister, es noch eine Weile einzufolgen, aber das nimmt ab. Etwas belustigt darüber, dass mich jetzt ja die bösen Geister verfolgen, fuhr ich sie nach Hause. Auf dem Weg zu ihr sprachen wir noch über andere Themen, um uns etwas von den Geschehnissen abzulenken. Unter anderem auch darüber, dass ich mit meiner Beziehung, in welcher ich gerade steckte, unzufrieden bin. Auch wenn unsere Geschichte so toll sei, eine Kindergartenliebe, die sich nach Jahren wiedergefunden hat. Ich wusste aber nicht, ob die Beziehung noch Sinn machte. Bei Anastasia angekommen, wurde das Thema etwas abrupt beendet, was mich nicht weiter störte, da ich allgemein nicht gern mit anderen über meine Beziehung rede. Sie stieg also aus, und ich machte mich auf den Weg zu meiner Freundin Marie. Bei Marie angekommen, stellte ich fest, dass diese schon schlief, jedoch ein Herz aus Teelichtern mit einem Ich-liebe-dich-Zettel in der Mitte auf dem Boden vor dem Bett stand. Mit einem schlechten Gewissen, sie versetzt zu haben, legte ich mich neben sie ins Bett und schlief ein. Ich muss erwähnen, ich habe leider einen sehr leichten Schlaf, sobald sie sich im Bett nur gedreht hat, wurde ich schon wach. Und plötzlich knallte es fürchterlich laut im Zimmer. Es klang, als hätte jemand ihren Fernseher, ein altes Röhrengerät, angehoben und fallen gelassen. Erschrocken machte ich das Licht an, Marie war ebenfalls aufgeschreckt, da sie das Knallen auch vernommen hatte. Wir schauten uns im Zimmer um. Niemand war zu sehen und auf den ersten Blick war auch alles wie immer im Zimmer. Sie meinte dann nur, das kam bestimmt von draußen, da das Fenster angekippt war. Etwas ungläubig stimmte ich ihr zu. Sie legte sich wieder hin, drehte sich auf die Seite und schlief wieder ein. Ich saß noch etwas im Bett mit eingeschalteter Nachttischlampe und starrte durch den Raum. Und da entdeckte ich es. Ein Bild war vom Wandbord gefallen und hatte das Herz aus Teelichtern zerstört. Es war ein Bild von Marie, das herabgefallen war. Natürlich habe ich diese Nacht kein Auge mehr zu bekommen. Am nächsten Tag sah auch sie, was passiert war und erklärte es ganz einfach mit dem Wind, welcher durch das Fenster reingekommen sein musste. Ich stimmte ihr zwar zu, um einer Diskussion aus dem Weg zu gehen, glaubte aber nicht daran. Es gab zu viele Ungereimtheiten. Wie sollte zum Beispiel das Bild, welches ursprünglich auf dem Wandbord gestanden hatte, durch den Wind so weit davon wegfallen? Und das ohne es sich auch nur eine einzige der Glückwunschkarten, welche so standen, dass der Wind sie ebenfalls hätte wegpusten müssen, runtergefallen ist. Außerdem war ich die restliche Nacht wach und draußen herrschte kein Wind. Ich kann es mir bis heute nicht erklären, was in dieser Nacht passiert ist. Auf jeden Fall war es ein komischer Zufall, dass ich nur stundennah vor über Geister geredet habe und darüber, dass ich mich nicht entscheiden kann, ob die Beziehung noch Sinn macht. Und plötzlich schien es so, als hätte mir jemand die Entscheidung abnehmen wollen. Und für alle, die jetzt wissen wollen, was aus der Beziehung und der Freundschaft geworden ist. Marie und ich haben uns getrennt. Aber wir beide denken, dass es die beste Entscheidung war. Sie hat ihren Mann gefunden und hat einen wundervollen Sohn mit ihm. Und ich habe auch meine Frau gefunden. Manche würden es einen Zufall nennen, andere Schicksal. Oder eben vielleicht auch Nachrichten aus dem Jenseits. Anastasia hat sich, nachdem ich ihr davon erzählt habe, etwas zurückgezogen. Und irgendwann ist die Freundschaft leider im Sand verlaufen. Und ich habe seit Jahren nichts mehr von ihr gehört. Oh, das ist doch schade. Finde ich tatsächlich wirklich interessant. Sicherlich kennt ihr alle das Phänomen, wenn man sich so unheimliche Dinge erzählt, dass man danach auch so das Gefühl hat, man wird beobachtet. Oder es wird plötzlich kälter im Raum. Das kennen sicherlich so einige von uns. Und gerade so in der Teenager-Zeit, wenn man so mit dem Auto irgendwo an den Waldrand oder an den Feldweg fährt, einfach nur um zu quatschen. Und dann hat man auf einmal trotzdem Angst und will schnell weg. Also das Gefühl allein kenne ich schon. Selbst ohne Geisterhintergrund. Fand ich das jetzt sehr interessant. Vielen Dank dafür.